Hallöchen, Sportfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rocket League mit dem Anton, dem Leno, dem Currywurst, dem Dennis und natürlich dem Major, der ist auch am Start. Ja, wir sind immer nur noch 3 gegen 3 im Moment und wir haben gerade noch eine Special-Folge für den Anton ausgenommen. Vielleicht könnt ihr die, vielleicht habt ihr die schon gesehen, vielleicht verpasst, was auch immer. Wir machen wieder Auto, ab ins Auto und wählen wieder zusammen. Leno, Anton, Sarraza, das ist ein gutes Team, glaube ich. Ja, der Leno ist ein guter Robert. Ach, Dennis ist ja wieder in meinem Team. Hallo Major! Das geht gut, das geht gut, das geht gut. Ich vertraue auf euch, ich mach mal. Boah, schade. Hast du gehört? Komm, Dennis, hau raus da. Komm, Krankenwagen, weißt du noch, wie wir eine zweite Folge später haben? Boah, Major, das war, das war, als ob wir beide nix, als ob wir Rocket League-Götter wären. Oh nein! Das stimmt. Das war, als ob wir Rocket League gespielt wären. Komm, Jungs, rein da, rein da, rein da, rein da. Sehr schön. Wir machen euch jetzt fertig, ey. Fertig mit Butter. Aufpassen. Jawoll, und jetzt stürmen, stürmen, stürmen. Nee, der ist weg. Noch mal. Er ist mal rückwärts warten. Nochmal, hau rein. Kein, wie verkackt. Ja, voll. Nein! Kommst du nicht wieder in meinem Team? Meine Damen und Herren! Zweite Folge, Dennis, weißt du? Beide Folge, Mensch. Der ist da noch anvisiert. Oh, leider ist er vor mir, vor mir auf den Ball geworfen. Hörner auf dem Dach, was mit dir los ist. Kriegen wir hin. Ja, ich bin jetzt wild. Ich bin ein wilder Tiger jetzt. Der ist horny. Ja, ich weiß, dass ein Tiger auf so fette Hörner hatten. Okay, ich bin hinten. Tiger hat gar keine Hörner. Hey, Curry, du bist bei uns Traubat, ne? Jo. Der Dovi, du wirsten, der macht das prima. Da hat der Anton verkackt. Ey. Ach Gott! Da komm ich. Da bin ich ja da. Da hat er es wieder rausgeholt. Okay, Leno, mach Witte. Kommt. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Konterchance. Konterchance, Jungs. Hey, Leno. Boah, Leno, du bist super. Echt, das ist so krass. Also teilweise, was würde ich alles nicht hinkriegen irgendwie. Ich glaube, das ist so schön für einen Leno, dass das jemand immer sagt, außer seiner Mutter jeden Tag, dass er so super ist. Ja, genau. Meine Mutter sagt das mir jeden Tag. Motivation. Komm, Jungs. Boah. Major? Oh, schade. Da dachte ich, der Major hat den dann gleich wieder schon Rückfahrtmodus. Rückwärtsgang. Oh, der Dennis hier. Oh, Pressball. Ich bin zum Goalgetter. Der Curry, du bist Bernie oder was? Goalgetter. David Getter. Oh, fuck. Ja, schlecht. Oh, ey, Alter. Schön, schöner. Curry! Ja! Wo fährst du denn den Curry, Alter? Ey, ich bin hochgesprungen. Was soll ich machen? Du hast mal gesehen, wo der hingeflogen ist da? Ein Traum. Unhaltbar. Mm, Anton, der war wunderbar. Lecker. Dankeschön. Die Höhe war okay. Eins, eins. Ja, die Richtung hatte ich bestimmt. Scheiße, ey. Best Keeper bei uns? Ich bleib da hinten. Hey, Jeff. Nee, ich dachte, Curry willst du raus? Ich geh zurück. Nee, wenn du vorne spielen willst, dann spiel vorne. Nee, Curry, geh du mal vorne in den Curry. Oh, da wird's vertitcht. Ich mach ja heute den Keeper, Mann. Oh, oh. Oh, das gibt's doch nicht. Der kommt noch? Alles Gute, alles Gute. Boah, da fliegt doch weit nach hinten. Nein. Hab ich ihn völlig verdreht. So, ein Ball ist der, Jungs. Habt er, Jungs. Habt er, Jungs. Komm, 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 komm. Hab ich. Oh, schön. Boah, Alter, wo fliegt das? Schön, Leno. Ah, den hat der Dennis. Oh, Alter. Traumteil. Oh, Alter. Nein, so knapp. Ja, ja. Oh. Den hätten wir nicht mehr gekriegt. Zum Glück, ey. Boah, wie ich da vorbeifliege. Wie haarscharf. Guckt euch das an. Zack. Oh. Scheiße. Wo fährt der Sarazade denn? Boah. Ich hab das, man guckt nur noch auf den Baller. Irgendwann kennt ihr das? Wurde, egal. Komm, komm, komm. Wer ist hinten? Mensch, ja, okay. Ja, ich bin hinten. Oha. Ey, was denn? Was soll das denn? Willst du einfach schnauzt? Ja, schön. Alter, wo fliegt der denn hin? Schön. Er läuft. Ah, ab. Oh, oh. Sorry? Erstmal Seitenwechsel. Ah. Schön, Alter. Oh, nein! Alter, was war das denn für Pinball? Was war das denn, ey? Alter, wir haben... Guck mal. Flutsch, flutsch, flutsch. Bats. 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 Auf Lennos Arsch, hattest du erst mal gespankt ne Runde. Bin im Tor, Mann, bin im Tor. 2-2. Boah. Major, ich bin im Tor, Major. Alles klar, hab ich verpeilt, sorry. Kommt der, so rückwärts angefahren. Sorry. Hat er's verpeilt. Alles klar, Major, alles klar. Oh, der hat mich leider nur aufs Heck bekommen. Sehr schön. Hast du auch gekriegt. Jawoll. Was hast du bekommen aufs Heck? Aufs Heck. Wie ist der Leckleck? Nee. Kennst du Hecky? Säck? Mika Häkingen? Hast du, hast du einen dran? Häcky Säck, Mann. Häcky, wer ist denn Hecky Häkkingen? Mika Häkken. Oh nein, jetzt bin ich ausgewichen in den Mond. 2-2, meine Damen und Herren, noch eine Minute für 27 zu spielen. Riecht das in der Verlängerung? Oh, schön. Den hat der Lenor. Ja, der ist drin. Das ist doch nicht. Ja, boll. Warte, sorry Curry, sorry, sorry. Das war nicht mit Absicht. Sorry, Mann. Geil. Ist drin. Im Spiel. Alter, Dennis, hast du? Alter, weggerannt worden. Nein! Ja! Oh, versprungen. Ja! Fuck, Mann. Das Geilste ist, der Anton und der Leno machen heute das ganze Spiel. Ich mache nur ein bisschen so Beobachtung. Ich habe mich, guck mal, wie ich mich... Oh, ich habe mich so versprungen. Ah, da wäre ich aber auch da gewesen. Also den hätten wir auf jeden Fall reingedrückt. Wir haben noch eine Minute. Ah, fuck, rauf da jetzt. Drauf da. Ja, Mann, der Leno ist super. Er macht das ganz toll. Ich bin begeistert. Da hat der Leno gelesen. Ja, jetzt bist du für mich wie ein Vater. Ja, der Leno ist mein Ausgleich, weißt du? Mein Bad-Skill gegen Gut-Skill. Komm, komm, komm. Aber wir haben den gleiche. Haha! Danke. Wir müssen jetzt einen reinballern. Oh, scheiße. Curry ist rausgekommen. Das ist Libero. Curry, ich gehe nach hinten. Ich gehe nach hinten. Komm! Der war knapp, ey. Alter, schön, schön, schön. Kein Speed, leider. Oh, fuck die Bohne, Alter. Ganz ehrlich. Oh, der kann man... Nein! 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 Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Komm, jetzt komm, das ist ein Zeichen, Mann. Jetzt kommen noch zehn Sekunden, Leute. Zehn Sekunden! Nein! Komm, 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 komm! Oh, oh. Oh, keiner da. Lennon! Nein! Lennon. Boah. Schönen Dennis nochmal weggehauen hier. Zum Ende. Ich glaube, ich hatte nicht einen Punkt gemacht. Kann doch nicht sein. Ist doch zehn, ey. War doch richtig geil. Komm, Revanche. 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 Ey, musste überhaupt nichts machen. Der Lennon und der Anton, die waren... Revanche. Wir müssen auch mal merken, Anton, Lennon und Sarraza müssen in Team Blau. Okay. Und dann ging die Major Curry und... Okay. Okay, jetzt wird richtig gespielt. Jetzt war es auch wärm Match. Okay. Ich bleib hinten, Freunde. Ich bleib hinten. Oh, okay. Ich bleib auch hinten, Jungs. Jawoll! Ja, ja, ja. Glanzparade. Immer mit der Ruhe. Hast du Curry? Sarraza Khan ist am Start. Sarraza Khan. Hast du Curry? Sarraza Khan. Was soll das, ey? Volle Russe, ey. Nein! Ja, ja, ja. Minge Nerven, minge Nerven. Komm, Jungs. Schön, Major. Schön. Bin immer wieder... Ist schon krass. Nein, nein! Der Curry ist ja auch Profi, ne? Der Curry ist auch Profi. Also der Rang, ja. Du bist auch Profi, komm. Du bist auch Profi. Der bescheidene Dory-Duristen. Ja, der Dory-Duristen ist immer bescheiden. Komm, nochmal, nochmal. Alter. Jetzt, komm. Oh! Nein! Ich hab's wollen! Was schickt. Könnte ich nix machen. Traumhaft. Sorry? Hat der Welcher denn da für'n Hut auf, ey? Da war ich drauf losgefahren, schon auf dem Major. Aber der hätte ihn gut bekommen. Boah, und der Curry. Wie er den da in der Luft abstaubt. Glanzleistung. Sehr gut, Major. Der wär's hinten. Ich bin hinten. Boah. Kommt schon. Wir führen. Wir führen das Ding an hier. Teilweise lagts ein bisschen, oder? Ja, manchmal zwischendurch hab ich das auch. Jetzt, Major, komm! Boah! Was? Was? Was war das denn? Alter! Die machen immer solche Doppelteile davon. Toll! Das war reines Glück, aber es sah super aus. Immer diese... Boah! Alter! Das war ein Killer-Tor, Dennis, ey. Das war alles, was sich in den letzten Tagen angestaut hat, ey. Okay. Ja, echt. Muss mal raus, damit zu, ne? Wenn ich hinten einen Curry, ja. Wenn wir mal eine gute Folge machen, ist das Highlight. Ja. Das war jetzt, glaube ich, die beste Szene seit allen Folgen von mir, ne? Das ist das Comeback jetzt. Das kommt jetzt. Oh. Curry! Curry! Alter, der Ballack einfach irgendwie... Curry hat zum Glück ein bisschen abgedrängt, ey. Das war gefährlich. Oh, sorry, Leno. Hast du... Major, bist du hinten? Ja. Ja, ja. Okay, nice. Jetzt. Jetzt kommt das Comeback. Nein! 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 Ich treffe auch nichts heute. Vertrauung mir. Vertrauung. Sorry. Sorry, hast recht. That is it. Der kommt gut in die Mitte. That is it. Boah, wie ich da weggerammt wurde wieder. Nee, 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 nee. Alles gut. Ah, Mist. Nächster Antonos. Mann, ey. Curry? Schön, Curry. Gut geführt. Oh! Also mit diesem Lex dazu, ne? Das ist echt... Ja, der Ball macht die Hölle, ey. Wie findet er so davor, wie es was er will, so, ne? Die Hölle, ey. So, Lenner, hast du Lex? Erzähl mal nochmal. Der Beine. Ja. Oh, fuck. Ballumsschlag, Mann. Er kommt nochmal in die Bande. Quats. Curry getroffen. Ball leider nicht. Oh ja, come on. Was? Ah, nein. Bitte. Können, ist schön. Bitte, Weltpass. Nennt er das. Nein, Anton. Jawoll. Alter, immer wieder. Ah. Jetzt. Das sieht gut aus. Oh nein. Oh nein. Ich treffe einfach nichts. Was ich um ein unglaubliches Pech habe. Das gibt es doch nicht. Sehr geil. Schon zwei so Dinger und ich treffe einfach nicht. Curry, jetzt nach vorne. Komm. Ja, Curry. Jetzt kommt er. Der ist gut, der ist gut. Nein, ich fing falsch. Komm. Nein. Ja. Rausgehauen. Scheiße. Sehr gut, Antonio. Antonos heißt der. Machen wir jetzt. Oh, oh. Der kommt gut. Oh, oh. Der kommt gut. Nein. Das ist so ein unglaublich spannendes Spiel. Oh ja. Ja, ich höre sie da. Schlammwein. Schön, Curry. Wo ist mein Tor? So da hinten. Blau. Nein. Komm gut in die Mitte. Komm gut. Oh. Ja, ich kam zu. Das ist egal. War alles gut. Curry, ich bin hinten. Ich bin hinten, Curry. Major bin hinten. So, du. Okay. Major bin hinten. Der titscht. Mann Major. Schön. Ja, eigentlich war ich ja derjenige, der hinten war. Willst du nach hinten, Major? Der jetzt nicht mehr. Nein. Hallo. Der ist drin. Der ist drin. Nein. Hey, bist du? Ja, warte. Oh, jetzt die letzte. Nicht mit Fatty, ey. Ja, nice. Der Ball ist in der Kontrolle, liebe Freunde. Leute. Yes. Was soll das denn? Oh, oh. Titscht in die Mitte. Schöner Mittelfeld. Fast der 80ste. Jawohl, sehr gut. Wer ist hinten? Wer ist hinten? Was passiert? Ja. Jetzt. Der ist drin. Curry. Oh, nein. Das gibt es doch nicht. Der ist gegen einen. Komm, komm, komm. Major. Ah, ich habe sie weggerammt. Jetzt. Nein. Tschüss, Walle. Schade. Du Bastardo, du Bastardo. Schon wieder. Ja, ja. Alter, was ich für ein Pech habe, ist doch nicht mehr normal. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, Leute. Hey, Major. Oh, nochmal. Was macht Anton denn da wieder? Anton hat mich bombardiert. Agrobo. Oh, fuck. Oh, jetzt. Oh, 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 oh. Wir haben keinen hinten, ne? Ah, der antritt. Kommt die Meter wieder. Er ist drin. Ja. Ey, so verdient. So verdient. Das war ein Eigentor. Ja, aber so verdient. Ja, den halten, ey. Der kam auch mies. Der hätte mich nicht berühren dürfen, Leute. Der wäre vorbei. Ah, ja, der kam mies. Ich bin hinten, Curry. Geh du drauf. Mach alles drauf, Jungs. Beide, die in 10 Sekunden kommen, vielleicht schafft das ja. Turbo-Schlag, Curry. Turbo-Schlag. Leno. Leno, Leno. Ja. Happy. Oh, mein Gott. 4, 3, 2, 1. Okay, nach Spätzeit. Verlängerung. Oh, Mann. Bam, ich bin hinten. Oh, nee, Lennon, mach du lieber wieder hinten. Du bist besser. Drauf, drauf, drauf. Können Sitz. Mächer. Mächer macht gar nix. Ja, einer weniger. Was noch? Nee, nee, ich bin da. Kriegst du den in die Mitte? Ach so. Fast dringend. Ja, sehr schön. Oh, knapp vorbei. Ist auch vorbei. Schade. Der war ja auch nice von Dennis. Ja, den gehol ich mir. Weg mit dir. Weg ey, komm mal, Mann. Nimm mir schon. Schönen Leno. Oh, der Leno. Den hat der Kiribus Kevin wieder. Da geht's hier wie beim Tennis. Was ist mit mir? Yo. Oh. Sehr schön. Die Lass-Berade. Sehr schön. Unglaublich. Hey, schau, hey, schau. Titscht komisch. Nein. Ist weg. Lass, lass, lass Curry. Hast du, hast du? Banz. Oh, Alter, was für krasses. Mann. Nachschädin. Okay, jetzt hab ich die Power. Power. Super. Hab den. Hast du Curry, hast du? Der ist drin. Oh, Curry. Nochmal, Dennis, guck mich zu. Nein, nein, nein. Ich mach nix. Ich geh da nicht dran. Nein, der ist da. Nein. Nein. Dennis ist nicht dran. Oh nein, wir könnten den führen können. Ja, aber erst mal weg, ey. Puh, fuck. Das war so die Chance wieder. Let's Ruhe bewahren. Keine Sorge, es ist nur der Ellis. Das ist echt so, ey. Ja, bei mir doch auch, ey. Ich treff die ganze Zeit daneben, ey. Ständig. Alter, der Leck. Curry zurück. Musst du sagen, Curry, wenn du kommst. Okay, bin Mitte. Ich kann das nicht sehen, sorry. Nein. Oh. Das ist gefährlich. Nee, nee, nee. Weiter, weiter. Sehr gut. Sehr gut. Dem anderen noch einen Boost gegeben. Dankeschön. Okay, sehr schön. Oh, ich verdient. Schön. Kommt, Jungs, kommt, 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 kommt. Irgendwie da rein ins Netz. Oh, oh. Ist gut, ist gesaved, ist gesaved, ist gesaved. Geh zurück, Leno. Ich gebe dir Zeit. Ah, nein. Schön. Erst durch. Oh, oh. Okay, ist gut. Erstmal nach da hinten, komm. Alter, was ein Mötchen, ne? Weg da rein. Boah. Spannender geht's nicht. Go, go. Achtung. Titscht. Leno. Hat der Leno. Nein, ich hätte ihn haben können. Boah. Oh, nein, geht zurück, sorry. Falsche Richtung. Hau den weg. Juri, komm. Ah, doch nicht, du bist so weit weg. Oh, was rührt mir los? Sauber, Major. Oh, 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 nee. Alter, richtig schweiß. Knapp vorbei, knapp vorbei. Ja, boah. Dennis, bleib in der Mitte. Oh nein. Major, hier. Jetzt hab das. Sehr schön. Ich. Dennis holt in die Mitte selber. Den hole ich mir. Na, Major, K. Sauber, Major. Anton? Komm zurück. Oh, schade. Da hat der Dennis echt guten Einsatz gezeigt. Oh, sauber. Schade. Pressball. Schön, Antoni. Hab ich. Nice. Oh, Mann, ey, was ist hier los jetzt? Wir verlieren die Nerven alle. Ja, ja, ja. Nice. Oh, mein Gott. Der kam so perfekt. Ey, das ist die längste Nerven. Nicht drauf gehen. Ja, ja, ja. Oh. Nochmal, 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 nochmal. Ah. Nein. Oh, mein Gott, ist das Hochspann und Buur. Oh, shit, shit, shit. Oh, shit. Pressball mit Dennis. Alec. Oh, Gott. Hey, jetzt geht's wieder. Oh, oh, Achtung. Ganz gefährlich. Oh, oh, oh. Ja. Titsch weg, titsch weg. Scheiße. Ist drüber, 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 drüber. Alles gut. Jetzt. Bin in der Mitte. Nein. Curry, curry, curry. Nice. Nein. Boah. Was ist hier los? Oh, shit, oh, shit. Ja, nein. Nein. Schön, schön, schön. Boah. Ja, das ist so krass, ne, gerade. Ich bin auch richtig angespannt. Boah. Weg damit. Ah. Schade. Boah, was für ein Match. Unglaublich. Das ist bisher das Spannendste überhaupt, ey. Ich will am Ende mal die Befreiung, Fliege und Rettung sehen, ne. Weg damit. Weg damit. Ja, da bist du aber King. Nee, ich bin Curry, ey. Sauber. Ja, Curry auch. Ah, Mann. Nein, ich hab, oh, ich hab's verpasst. Ich hab'n Fehler gemacht. Ganz schlecht. Nein, ich auch. Geh weiter nach vorne, das ist bloß. Lass ihn, lass ihn nur da kommen. Hast du den? Nee. Einer muss in die Mitte. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Ja, ja. Nein. Titsch zurück. Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, bis draußen. Boah. Boah, Curry, das war aber riskant. Boah. Was für ein Match, ey. Alter, die Nachspielzeit geht einfach eineinhalb Stunden. Weg damit. Sauber. Oh, oh. Boah, Dennis hat mich zerstört. Nein, nein, nein. Komm schon. Oh, ich bin da. Nein, nein. Ja. Der Albtor. Ja, bleib du hinten. Nice, ey. Nix da. Nice, ey. Ja, das war richtig wichtig, ey. Komm, dies. Mach mal. Mach irgendwas. Irgendwie rein da. Ja. Nein. Meldsch, Meldsch, Meldsch. Habe ich, habe ich. Auf dem Rücken. Nice, ihr seid da. Ist ruhig. Schön. Safe. Sehr schön, Warte. Komm, jetzt die Shocks. Titsch komisch. Jawohl. Oh, laggy. Weg damit, Leute. Boah, fuck. Komm mal, bestellen. Oh, oh. Was war das denn? Aber in der Mitte des Spielfelds. Neh, Meldsch, an ihm. Oh, Mann, da spielt der Perfekt, Mann. Oh Gott, oh Gott. Alter. Was ist denn hier los? Ich weiß es selber nicht. Das ist so krass. Nice, nice, nice. Müsst doch unbedingt mal in die Kommentare schreiben, wie lang die Nachspielzeit war. Wir wissen es ja selber nicht. Vielleicht weiß es ja einer. Komm, 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 komm. Nein. Warum habe ich das getan? Anton, ja. Jetzt aber. Nice. Oh, abgehalten. Meine Güte, es ist nicht. Welcher? Übernehmen, übernehmen. Jetzt kommt der Lennhof. Ach du Scheiße. Jetzt hüpft er, der Hüftel. Oh, Achtung. Ich liege ja. Ich habe mich im Tor gedreht. Warum dreht der sich nicht wieder gerade? Leute, komm, komm, komm. Drück A. Alter. Irgendwie ging es gerade nicht. Hat gerade gemackt. Sehr gut, sehr gut. Alter. Und das ist doch eine Spielphase. Den hat der Leno. Tausende über Fragen geschlagen. Erstmal hat Dennis zerstört. Anton wieder im. Curry. Jetzt. Er ist drin. Ja. Nein. 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 Oh. Alter Curry. Das ist ein Spiel, ne? Ich kriege hier noch. Oh Gott. Weiß ich nicht. Komm, Leute. Ich band jetzt. Ja. Nochmal, Major. Nein. Nein. Oh, das war alles so. Dennis ist weggerannt. Mach mal, Dennis. Jetzt bitte. Oh, nein. Alter. Es gibt so gar nichts. Das welches Jahrhundert. Hau ihn. Hau ihn. Hau ihn. Ja, sehr gut. Curry, bleib im Tor. Bleib im Tor, Curry. Ich habe den Boost. Er hat zerklaut mir den Boost, ey. Aber egal. Aber ich habe ihn krass verpasst, aber ist egal. Nix da. Der kommt rein, der kommt rein. Oh, Curry. Dieser Wahnsinns-Typ, ey. Das ist echt wahr, Els. Curry, hast du safe, Curry. Hast du safe, Curry. Die Wand hat safe. Curry, warte. Nein. Auf, aber zu doof. Ich wusste es sogar. Hinterher, hinterher. Jetzt. Komm. Lass. Ja, nein. Meisterparade. Ich werde ihn enttäuschen sollen, ne? Alter. Ja. Ja, schade. Stehe in der Mitte. So, Banne. So knapp, ne? Ich lass mir jetzt Zeit. Jawoll. Jawoll. Komm, nochmal. Komm, nochmal scharf, Anton. Ja. Nein. Boah. Ich habe den Walle weggekippt, ey. Boah, scheiße, Mann. Lass. Warte, warte. Warte, Mächer. Lass. Oh, Alter. Wo fliegt der denn hin? Schöner Abstoß hier vom... Weg damit. Weg damit. Kommt gut in die Mitte. Anton, die haust du dir. Nein. Ja, das war ich verkauft. Nein, Dennis. Ich wollte ihn wetzen. Nein. So krass. Nein, Dennis, komm, Dennis, komm, Dennis, komm. Jetzt, komm. Okay, Lennow. Lennow, den Herzen. Genau auf den, Dennis, ernsthaft. Alter, was mache ich hier, für den Scheiß? Der fliegt bei mir im Tor rum. Ja. Ich war so aufgeregt. Ich habe doch noch geguckt gerade. Oh, der 80.000. Komm, jetzt, komm, komm, komm. Was ist so fucking lustig, hat los? Oh, nein. Komm, komm, komm. Lennow. 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 Titsch, zurück. Titsch, zurück. Tine, nicht. Oh, oh. Curry, schöner Schreffer. Rück zu hier, Curry. Gottoh. Rück zu hier, Curry. Ich bin Vegeta, Mann. Ich bin da, ich bin da. Jetzt wäre die Super Saiyan. Ich bin da, ich bin da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah. Alter. Super Saiyan, Gottoh. Leute, nicht beide drauf. Einer muss in der Mitte warten. Boah. Nein. Schön. Boah. Alter, wie geht es ihm zu Ende? Das geht ihm zu Ende. Es geht auch noch zwei Stunden. Jawohl. Oh, nein. War ein Press-Ball. Jawohl, komm. Boah, was mach ich denn? Ja, der packt. Perfekt. Dennis. Oh, Mann. Da kamen so ein paar solche guten Tod dazu. Wie geblocket. Oh, oh. Jetzt geht es nach vorne. Alter, ey. Scheiße. Oh, Zauber, Major. Alter, ey. Ey, Major, ey. Ey, Major, ey. Ey, Major, ey. Bye. Ey, komm, Major. Schön. Nein. Jetzt der Wallet. Dennis. Boah. Oh, nein. Boah, weiter wäre er trotzdem noch reingegangen. Trotz der Störung, ey. Warte, lass titschen. Erstmal lass titschen. Komm, jetzt. Oh, da kommt er wieder, der Walle. Ja, ich bin wieder da, meine Freunde. Habt ihr. Okay. Jawohl. Scheiße. Erstmal zurückspielen. Alter, ich kann nicht mehr, ey. Jetzt noch eine Bande. Metscham. Metscham, Metscham. Metscham.